Hi, wir sind in Lisbeth und wir sind hier mit sechs anderen Hochschulen, um international mit anderen Kulturen zu arbeiten. Hauptsächlich geht es um Travel-Sec, das heißt digitalen Tourismus. Wir arbeiten an innovativen Konzepten, wie wir den Tourismus in verschiedenen Hochburgen verbessern könnten. Und was am faszinierendsten ist, ist es gar nicht unbedingt die Lösung, sondern wie verschiedene Kulturen und unsere anderen Teammitglieder mit den Aufgaben umgehen. Und generell mal andere Länder, andere Zippen kennen zu lernen, ist ziemlich beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Und wir können es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und genau.